So, hier sind wir wieder und weiter geht's. So, als letztes, kleine Wiederholung, machen wir auf der Brücke. Ja, ok, die Brücke ist nicht mehr da. Sehr schön. Der ganze Rest, ja, spielt ja keine Rolle. Und sind jetzt auf dem Weg in die Mine, so wie ich gelesen habe. Und wir werden jetzt mal schauen, wo uns der Weg hinführt. Ok, sieht ziemlich verlassen aus. Ein paar Zombies. Oh. 106 Schuss haben wir noch. Zack, der Gürtel. Oh. Sieht doch gut aus. 100 Leben. Ok. Was haben wir schönes hier? Nichts. Oh, ja, Baby. Grenade. Ja. Ja. Ziemlich geil. Grenaden. Gib mir. Oh mein Gott. Im Spiel sind wir ziemlich abgefuckt. Wo? Nee. Neue Maske. Ah. Ich behalte lieber meinen Indiana Jones Hut. Gibt es sonst noch? Nee, nichts. Ah. Ah. Wir sind ja schon voll. Ich habe nicht mehr gesehen. Bringt zu uns nichts. Okay. Interessant. Alles anschauen. Ah. Munition. Tipp. Schaut euch alles an. Ohne Scheiß. Jede Ecke. Neue Maske. Nee. Oh. Kann ich? Nee. Oh, schade. Kann ich rein? Oh. Auch nicht. Zu schön. Oh mein Gott. Ich bin zu klein. Definitiv. Oh. Neue Waffe. Was haben wir schön? Ähm. Mit dem. Okay. Mal wie es hier geht. Interessant. Schiss mal gleich. Äh. Paschen. Nee. Da bin ich da. Dann nehme ich die da rüber. Okay. Sehr schön. Munition. Was sonst noch? Hahaha. Bantonee Maske. Die. Nie. Ja. Nee. Indiana Jones. Besser. Sonst haben wir nichts. Noch mehr Munition. Sehr schön. Da müssen wir nicht durch. Ich glaube wir müssen durch. Okay. Mal sehen. Ja. Und ich nehme mal Böse an. Das sind die Granaten. Okay. Keine Munitionsverschwendung mehr. So wirklich. Ähm. Okay. Ich kann nicht die tünden. sich die gar nicht tünden. Bin ich zu blöd oder was? Ich kann nicht die nicht rausziehen. Kann ich die nicht rausziehen? Ich kann nicht die nicht rausziehen. Ah. Die haben das umgestellt mit. On my way. Mit der Motion. Weil ich ja mit dem Touch rumlaufe. Ah. Gut zu wissen. Die andere Granate noch hier. Nee. Ich glaube es. Die habe ich jetzt verschwendet. Ja. Spielt keine Rolle. Okay. Interessant. Oh. Und hier ist ein Giftkopf. Munition. Giftkopf. Okay. Das sieht nachher wie nach einer halben Nachterbahn aus. Interessant. Hallo Freddy. Der war schon. Oh. Hello. What? Oh. Shit. Jetzt kommt er rüber. Oh. Come on. Ah. Schlag. Noch mehr Nachschlag. Oh. Du kannst ihm das Bein abschießen, wenn ich es... Yes. Und jetzt? Du bist aber noch nicht tot, oder? Nee. Jetzt haben wir einen Crawler. Okay. Aber jetzt. So. Oh. Da haben wir doch. Hello. Let's look around. I find something useful. Äh. Okay. Er ist sicher tot. Schlüssel. Ah. Loot. Give me some loot. Hamburger. Nee. In voll. Gut. Voll. Oh. Aha. Nochmals ein Versuch mit der Granate. Mehr Munition. Alter. Ich spiele es auf hart und habe 181 Schuss. Okay. Irgendetwas ist falsch hier. Nicht durch den Apokalyptik-Mode einschalten sollen. Oh. Unsere erste MP. Welche Waffe? Aus. Was sind... Oh. Munition. Nein. Was ist Munition? Äh. Nee. Scheisse. Die Wächtle mit D. Hier. Sehr schön. Okay. Munition. Noch mehr Munition irgendwo? Sieht nicht so aus. Also wir haben nur 25 Schuss für die MP. Wenn ihr hier seht, haben wir das äusserste ist Granate. Und Grenade Launcher. Dann haben wir Pistolenschuss, MP-Schuss und Schrotflinte. Diese vier Munitionsarten gibt es. Das ist auch nur Futter. Aber wir sind ja 100 Prozent. Immer gesehen können wir hier nichts gebrauchen. Dann gibt es auch nichts mehr. Okay. Äh. Wir müssen irgendwie weitermachen. Mal schauen, wo wir hingehen. Das sieht so schön interessant aus. Okay. Okay. Passiert noch nichts? Hm. Needs Power. Ah. Kein Strom. Das ist so schön, dass wir die Powerlinie folgen. Ja. Das schöne rote Kabel. Das fehlt nach oben. Gehen wir doch mal gucken. Ah. Der Schlüssel. Ah, sehr schön. Jetzt kommen wir durch. Hallo. 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 Ja, guck mal da. Hey. Willst du mich? So. Ja. Da haben wir noch einer. Geil. Schöne Animation von innen. Hey. So, jetzt. Okay. Powerline geht da durch. Wir haben aber noch einen zweiten Weg. Ah, wir nehmen zuerst den zweiten Weg. Hallo? Wo? Okay, jetzt. Ah. Munition. Ah, eine zweite MP. Okay. Nehmen wir doch mit. Tauschen wir gegen den Revolver aus. Aber wir müssen entladen. Munition aufnehmen. Sehr schön. Er hat halt immer noch 25 Schuss. Brauche ich noch nicht. Warte ich noch mit dem. Okay. Wir räumen hier zuerst mal schnell auf. So. Das nehme ich jetzt mal an. Wann ist der Generator? Sehr schön. Ah, da kommt doch noch einer. Geht's noch? What the hell? Ah. Haben wir das letzte Weg. Schöne Sache. Hopp. Okay, jetzt ist wieder alles voll unten. Interessant. Ich weiss, wir haben noch einen Hamburger im Haus. Ich gehe mir den jetzt schnell holen, dass ich 100% wieder bin. Ich habe so das Gefühl, dass es jetzt dann ziemlich laut wird. Schauen wir doch gleich. Ich halte hier wirklich fast gar nichts mehr als vier Schläge. Das sind immer 25%. 25, glaube ich. Kann ich rechnen? Nee, nicht ganz. Sind es 25. Wo war der Hamburger hier, glaube ich? Hallo? Oh, sehr schön. Und wieder voll. Also, 165 Schuss. Hm. Okay. Jetzt wollen wir doch schauen, was passiert. Ähm. Okay. Noch mal nachwarten alles. Sehr schön. Oh, nein. Ich suche mir mal eine schöne Ecke aus. Oh, nein. Oh, nein. Sie ist so easy gekommen. Oh, nein. Oh, scheiße. Ich hab die Granate. Ich hab die Granate. Ich hab das nicht. Ich hab das nicht. Ich hab das nicht. So, Munitionsversprennung. Nicht schlecht aus. So, jetzt wird es langsam knapp. 91, ja, das geht zwar noch. Okay, es sieht ja, als hätten wir das Schlimmste schon überstanden. Oh nein, 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 nein. Alles leer, wirst du mich verarschen? Oh, Scheiße. Nachladen. Puh. Okay. Oh, Scheiße. Zwölf Leben. Oh mein Gott. Ah, Hamburger, hallo. Wo war der nochmals oben? Den hole ich mir jetzt noch schnell. Schnell, schnell. Wer war hier? Gimmi, Gimmi. 73. Uh, uh. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt wird es langsam interessant. Es sind ziemlich viele, die gekommen sind. Und ich habe die MP nicht eingesetzt. Aber es wird langsam interessant. Okay. Wie ich das hasse, das sieht schon richtig dunkel aus. Ich würde sagen, wir machen hier wieder einen Cut. Und wir sehen uns, Scheiße, nochmal in der dunklen Höhle wieder. Tschüss. 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 Tschüss.